Zaya wurde erfunden für den Typen hinten im Bus, der vielleicht einen Song im Kopf hat, aber einfach nicht weiß, wie er ihn produziert kriegt. Cloud-Technologie ändert das. Ich singe was in mein Gerät, schicke es in die Cloud und wenn es zurückkommt, klingt es toll. Das sprengt die Grenzen der Kreativität. So kann jeder seine Musik produzieren. Untertitelung des ZDF, 2020